Herzlich willkommen zur Livestream-Ankündigung für die KW34, das heißt für die aktuelle Woche. Erst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich letzte Woche schon wieder den Stream ab ausfallen lassen, ich glaube am Sonntag. Dafür gab es gestern einen Ausgleichs-Stream mit Minecraft The Tech Village und ich möchte es gerne morgen am 19.8. wieder einmal nach langer, langer, langer Zeit Ich werde mit Arkham weiterspielen und weiter streamen, ich hoffe, dass ihr reinschaut und mich bei der epischen Reise durch Gotham City begleitet, würde mich freuen, bis dahin, ciao!